Hm, wo treiben sich eigentlich Kai und Nino rum? Aha! Weißt du was? Plan B. Plan B? Der Panischer! Von wegen! Ihr seid jetzt fällig! Was wird denn das? Wir machen hier unser Turtles-Multiplayer-Video. Dann mal ab in Video, sonst geht's mit einem Plastiksack auf dem Arbeitsamt weitersprühen. Ab! Boah, was sind das alles für Tasten? Das sind so viele. Ja, unfassbar. Jetzt haben wir einfach gleichzeitig immer drauf, also wir haben es früher immer so gemacht, dass einer hinten bewacht hat und einer vorne. Einer hinten, einer vorne? Wie ging da echt dieser Wurf nochmal? Wenn wir brauchen den nachher dann... Ah ja, so, okay. Also einmal kurz... Was fragst du mich denn? Ich bin sofort wieder drin. Zack! Oh! Haha! Ich bin platt. Sag mal, hatte Baxter eigentlich in der Zeichnergserie auch diese komische Klebehand? Keine Ahnung, das ist übrigens keine Klebehand, sondern das kommt aus seiner Kanone raus. Na ja, diese Klebehand-Kanone dann. Oh, das war's schon. Klebehand-Kanone. Also so feines Tötungsmäßig bin ich ja auch so überlegen, Kai. Ich hab 40 mehr. Kawabanga! Ja. Spiel geht weiter. Ja. Zweites Level. Spiel läuft. Du hast passiert. Ja. Du hast doch passiert, oder? Spiel. Ah! Oh, hier konnte man diesen... Ja. So, haha. Herrlich. Ich weiß nicht, ob wir später erst auf dem Piratenschiff. Und man kann hier diesen Kanaldeckel zurückschnippen. Ah! Ach, verflucht. Du hast doch grad gesehen, wie ich reingefallen bin. Naja, ich wollte den Kanaldeckel zurückschnippen. Hab ich auch geschafft. Jetzt kommen sie, pass auf. Warte. Aha! Siehst der wohl? Wann kommen denn da vier? So, das war's. Und jetzt... Zack! Bin ich hier für einmal reingesprungen. Echt? Macht das Spaß? Ja, na klar! So, ich bleib oben, du unten. Okay. Wer bin ich nochmal? Ich glaub, du bist Leonardo, oder? Ah, ja, ja. Da fällt mir übrigens eine super traurige Geschichte ein. Zu Leonardo? Ja, zu Leonardo. Erzähl doch mal. Ähm, ich hatte ja früher auch diese komischen Turtles-Figuren. Das ist ja nicht komisch. Das ist ja nicht super. Nämlich meine... E-Mail war besser. Ach, E-Mail, E-Mail. Ja, und weiter? Auf jeden Fall hatten wir in der Schule so ein Projekt über diverse Künstler. Und ich hab was über Leonardo da Vinci geschrieben. Und wir hatten dann so einen Glaskasten mit Ausstellungsstücken. Ja. Und da hab ich halt meine Leonardo-Figur an so einen selbst gebastelten Fallschirm gehängt. Ja, okay. In den Glaskasten rein. Ja. Und am nächsten Tag war er geklaut. Special Move, Special Move, Kai, Special Move. Ja, noch einen, bitteschön. Hier. Ja, das war's. Ja, das war's. Wer hat denn erledigt? Ich. Wirklich? Ich glaub schon. Ja. Du wolltest doch Toka nehmen. Hab ich doch. Nee, du bist grad am Wolf dran. Du stirbst gleich. Du stirbst. Nein. Ich bin tot. Oh mein Kai. Dafür hab ich Rasa fast. So, ich zieh mich jetzt ein bisschen zurück. Na gut. Da, da. Meiner ist hin. Sehr gut. Dann helf mir, helf mir jetzt hier. Nö, es ist deiner. Ja, ich stirb aber gleich. Ja, mach doch. Schau mal, der Hund. Oh. Der sieht fast aus wie Arthus. Das ist Arthus. Du meinst Schwarz-Eisen-Dackel? Ja, das. Das kann natürlich sein. Jetzt kommt diese geile Sequenz, genau. Ja, alles gut, Karl. So, wir müssen jetzt nur auf einen losgehen. Weil sobald einer am Sack ist, haut er den anderen so brei. Kannst dich erinnern? Nö. Aber ich glaub dir. Die gehen dann gegenseitig irgendwie aufeinander los. Die hauen mich aber zu Brei. Mich auch. Warum bist du einfach wie bei Slash? Oh, ich bin gleich tot. Da. 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 Da jetzt. Okay. So, jetzt hauen sich gegenseitig hier. Zack, zack. Hätte es nicht sein müssen. Dieser Lebensverlust. Was ja cool ist, dass er diese Messer, die ab und da. Wo zieht er die her? Aus dem Mund oder was? Na klar, das sind seine Zähne. Ach, Blödsinn. Das sind Messer. Und jetzt wirft er hier mit Hummern um sich. Die hat er vorher gefressen und wirkt sie jetzt raus. Das ist ja ekelhaft. Sehr schön, Karl. Ja, jetzt bin ich tot. Na toll. Jetzt darfst du einen anderen Turtle wählen. Siehst du, das ist jetzt ein Continue. Ja, ich weiß, was ein Continue ist jetzt los. Ja? Jetzt wähl und helf mir, Mann! Kai! In drei Sekunden geht nichts mehr. Hast du gesehen, wie ich den fertig gemacht habe? Ja. Ich habe gesehen, wie du ihn fertig gemacht hast. Darf ich oben sein? Ähm, wie meinst du denn das jetzt, Kai? Du ekelhaftes Dreckschmein. Ja, aber von mir aus gerne, ja. Da hinten kommt er. Das wird wohl nichts. Gibt's kein Friendly Fire? So, los geht's. Machen fertig jetzt. Sehr gut. Dem haben wir eine Lampe gebaut. Was? Jetzt muss man es nicht verstehen, oder? So, jetzt kommt der letzte Bosskampf. Gibt's ja auch einen Unterschied zu... Kein Level mehr? Kein Level mehr, nee. Zur Automatenversion. Da hat Shredder nämlich mit einem Schwert gekämpft. Das ist übrigens, ähm, Supersteller. Der ist geil. Fand ich toll damals. Der kommt aber auch in einem Realfilm vor, oder? Ja, im zweiten. Ja. Zusammen mit Toka und Rasa. Nein! Ja. Und wer taucht dann noch auf? Äh, deine Mutter? Keine Ahnung. Ich sag nur... Go Ninja! Go Ninja! Go! Okay, alles klar. Das ist ja fällig. Wie hieß eigentlich der stinkende weiße Rapper im zweiten Film? Eminem? Äh, Eminem? Nee. Ich glaub Vanille-Eis, oder? Doch, bitte. Hieß der so? Es gibt keinen der Vanille-Eis-Eis. Vanille-Eis. Vanille-Eis, ja. Ja, das war's. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft? Ja. So richtig komplett? Ja, so richtig komplett. Kawabanga! Hehehehe. Nimm das Michelangelo! Nein! 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 Ah! Ah! Ah!